so wunderschönen guten tag liebe youtube gemeinde und natürlich auch ein freundliches hallo an alle meine freunde auf titsch mein name ist fanny im internet besser bekannt unter den namen mokwai und auf twitch unterwegs unter dem kanal mokwai tv ihr sitzt da 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 sie das eingeblendet glaube ich meine freunde ich möchte die zeit nutzen mit euch über die ersten tage der neuen art stone erweiterung march of the lich king zu sprechen der grund dafür ist relativ einfach die erweiterung ist jetzt drei tage alt werden alle zeit uns einen kleinen eindruck davon zu machen was mich betrifft ich hatte eine menge spaß muss ich ganz ehrlich zugeben wir haben gestern 14 stunden gestreamt und wir haben gestern legend auf eu für dich gemacht und ich möchte von euch so ein bisschen meine erfahrungen teilen während der letzten drei tagen so die ersten zwei wochen nach dem erscheinen jeder erweiterung versucht sich die meter immer so ein bisschen selbst zu definieren dazu einige impressionen einige sachen die ich gut finde aber auch leider viele dinge die mir nicht so gut gefallen da wollen wir heute darüber sprechen dementsprechend legen wir los wie gesagt wir haben jetzt dann legend gehittet die große frage die dann immer kommt so von wegen welche decks hast du denn benutzt da ich mich in der tat als sehr ausgewiesener control spieler bezeichner aber natürlich in erster linie auch control die decks benutzt allerdings eine ganz große bandbreite ich bin nicht der spieler der den ganzen abend nur ein deck spielt wir haben so ein bisschen quer wird alles mögliche gespielt allerdings muss ich sagen der weg zur legend mit einer kleinen einschränkung was wir im wesentlichen gespielt haben ist einmal ein neuer jailer paladin der das komplette drachen paket des paladins aus der erweiterung mitnimmt der sogenannte dragon jailer paladin ich zeige euch ein kleines video dazu wie das so aussehen kann und dann haben wir auch eine ganze menge den neuen no minion beziehungsweise spell demon hunter gespielt ist jetzt nicht unbedingt ein control deck allerdings muss ich ehrlich sagen das deck macht schon ordentlich spaß es ist jetzt ein bisschen bordlastiger man hat ein bisschen mehr survivability also überlebens überlebensfähigkeiten und die funktion halt mit der waffe dass man das in der waffe drei minions gespeichert werden die man dann durch einen spell der ein mana kostet wieder entdecken kann macht schon irrsinnig viel spaß muss ich ganz ehrlich sagen wir waren auch sehr erfolgreich damit muss ich ehrlich sagen ist durchaus konkurrenzfähig das deck und kann auch gut draufhauen muss man auch ganz ehrlich sagen ich hatte eine menge spaß damit ich werde alle decks über die ich jetzt spreche in der video beschreibung verlinken also ihr bekommt den deck code von allen decks die jetzt in diesem video hier so ein bisschen erwähnt werden von meiner seite bekommt ihr alle in der video beschreibung den deck code könnt ihr gerne auch mal selber ausprobieren also dragon paladin haben gespielt no minion demon hunter haben wir gespielt und irgendwann schrie der chat so mittendrin so jetzt wird es aber zeit für legend also so lecker auf diamant 23 in unserem wohlfühlhabitat rumgeeiert sind und dann muss man ganz ehrlich sagen wenn man wirklich steif einfach richtung legend gehen will dann kommt man momentan um die ein wenig overpowered index schwerlich herum in erster linie ist da wahrscheinlich der ram zu rede zu erwähnen der mit anub reka eine karte bekommen hat die den vier elefanten den man vorher schon mit ram droiden gemacht hat noch ein klein wenig ich sag mal eskaliert ihr seht jetzt im hintergrund so ein bisschen video laufen wie sich das dementsprechend darstellt dazu kommt halt dass mit der karte astalor noch mal ein effekt hinzugekommen ist der den droiden noch mal viel 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 mehr damage potenzial verleiht als jetzt nur den netherius zu spielen wie es vorher gewesen ist und dass der droide halt ein wahnsinnig momentan offensichtlich wahnsinnig starkes rüstungspaket dazu bekommen hat beim beim ram droiden als auch beim celestial droiden vorher entschuldigung war immer das problem so ein bisschen gegen krasses aggro ist man dann doch sehr schnell auch mal tot bevor man seinen vier elefanten veranstalten kann durch das amour paket also das rüstungspaket hat sich dieses problem für den droiden ein klein wenig minimiert allerdings ging gegen jedes deck was nicht absolut ganz krass face geht und auf den 345 kills geht also gegen jedes langsamere mit range und control deck ist der droide aber meilen weit von entfernt dementsprechend haben wir dann irgendwann spät in der nacht ich glaube es war so rund um diamant 2 ohne einen stern oder so umgestellt auf droide also es fehlt noch sechs spiele bis legend ich glaube wir sind nahezu ungeschlagen dann in richtung legend gegangen er ist dementsprechend auch wie immer noch nicht so mega einfach zu spielen allerdings muss man ja nicht sagen das combo potenzial als auch die combo fähigkeiten die sind jetzt nicht irrsinnig schwierig man muss schon halbwegs wissen wie das halt geht und man muss auch wissen was order ist sollte man wissen aber dann ist das deck einfach leider momentan also es macht sehr viel spaß aber es ist auch einfach ein bisschen zu stark muss man ehrlich sagen wir erwarten wahrscheinlich noch vor weihnachten den ersten ich sag jetzt mal patch weil viele dinge von denen wie sie sich momentan darstellen können so eigentlich auch nicht bleiben neben dem droiden aktuell total über repräsentativ sind leider die hunter muss man ganz ehrlich sagen ich habe mich schon bei dem beast hunter schwer getan weil ich das deck als relativ rumpf empfand es war für mich ein reines autoplay deck man spielt einmal das was top deck reinkommt am besten noch ein bisschen mana cheat dazu zack ist die soße fertig nichtsdestotrotz er war schon alles war es war ein deck was übers bord ging mit dem man interaktiv werden konnte was interessante spiele darstellte nur diese mana cheat gedöhnt sondern dieses on curve autoplay das hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen aber gut etwa in ordnung die zeiten sind jetzt leider vorbei weil mit den neuen karten des hunters aus der erweiterung march of the lich king sich da jetzt wieder ein vierlefanz entwickelt den ich persönlich nicht begrüßen kann das ist nämlich wieder ein total uninteraktives aggro otk vierlefanz deck was im wesentlichen darauf beruht dass der hunter seine da seine waffen spielt und einfach nur mit dem waffen face geht es ist egal es geht 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 einfach nur face es geht nur darum dass mit der waffe angegriffen wird und dann kommt im wesentlichen nur eine einzige karte ins spiel das ist deswegen heißt es eigentlich spit hunter das ist ein spuck drache den sieht er auch jetzt da da erscheint er gerade und für jedes mal wo der hunter mit irgendeiner waffe angegriffen hat wird der schaden den er dementsprechend macht im als battle cry als kampfschrei dann höher sondern dann spielt er nur bounce karten ich hoffe ihr wisst was bouncen ist bouncen bedeutet dass man eine figur die man auf dem spielfeld schon stehen hat also die man quasi schon verbraucht hat sich auf die hand zurück holt bouncen dafür gibt es da oben seht ihr es wieder diverse karten die das ermöglichen und dann wird das ding einfach immer wieder gespielt also an allem was auf dem bord steht vorbei einfach nur stumpf mit allen waffen face mit den spittern stumpf face und es ist an stumpfsinn eigentlich nicht zu überbieten natürlich gibt es menschen denen so was spaß macht leider ist es in der tat auch vermutlich ein wenig zu stark geraten ich denke dass insbesondere der spit hunter auch auf dem raser sein wird und auch sein sollte bei blizzard also ist jetzt nicht so dass man dagegen nicht gewinnen kann das ist nicht der fall aber es ist so irrsinnig langweilig dagegen zu spielen das reiht sich komplett in das ein wo hunter in den vergangenen monaten auch gewesen ist sei es jetzt quest hunter oder jetzt der spit hunter absolut uninteraktives stumpfes auf das gesicht des gegners holzen und dabei den kompletten spielverlauf ignorieren das wird so lange gemacht bis sich herausgestellt hat jawohl mein schaden hat gereicht ich habe alles andere ignoriert oder mein gegner hat irgendwas gemacht dass ich jetzt wahrscheinlich dort umfalle das ist so ich weiß es nicht wie gesagt es gibt menschen den macht das wahrscheinlich spaß ich halte das für in der tat ehrlich gesagt schwachsinn ja wie gesagt die hunter sind ein bisschen komisch und auch ein bisschen langweilig und was halt auch leider geblieben ist ist dann miracle rogue also das war von vorher kannten miracle rogue basiert immer noch auf diesem portal dieses portal sagt immer noch auf turn 4 spätestens auf turn 5 wird alles was auf der hand ist was sowieso nichts kostet alles gespielt egal ob das sinn macht oder nicht preparation irgendwas was 0 mana kostet am besten irgendwas was dafür sorgt dass die nächste karte 0 mana kostet also es wird einfach auf turn 4 turn 5 alles rausgeschmissen total unerheblich ob diese karte was bringt oder nicht es geht nur darum auf dieses portal drauf zu klicken und auf turn 4 oder turn 5 irgendeinen 11 11 12 12 doorman minion zu haben mit dem man dann zwei drei runden face gehen kann und dann ist das spiel halt vorbei auch absolut uninteraktiv absolut brainless gehirn verbrannt weil man halt in der tat seine karten einfach nur raushaut ohne ohne dass man sich gedanken darüber macht warum man das macht es geht einfach nur darum karten gespielt zu haben ja aber das sind halt so ein bisschen man das war vorher schon dumm es ist jetzt wird teilweise das gift beutel paket aus der erweiterung march of the lich king mitgenommen weil man daraus noch mal schadenskarten generieren kann ja also ich muss ehrlich sagen auch da soll es leute geben denen sowas spaß macht die gerne ihr gehirn ausschalten und sagen so ich hau jetzt einfach karten raus und dann am ende müssen wir gucken wer gewinnt also komplett komplett intelligenz befreites spielen das ist ein deck was momentan auch sehr viel insbesondere im letzten bereich unterwegs ist weil auch wenn es befreit ist um das deck gut zu spielen muss man in der tat in der lage sein zum richtigen zeitpunkt das richtige zu machen also das ist ein deck was einfach stumpf gespielt werden kann um es gut zu spielen muss man aber auch ein guter spieler sein deswegen ist es eher im oberen letzten bereich momentan unterwegs da leider ein bisschen meiner meinung nach zu viel ja ob das jetzt unbedingt das ende aller tage sein muss dass wir dass wir zwei vollkommen uninteraktive decks in den top meter bereich haben muss ich bei blizzard jemand überlegen meine meine vorstellung ist es halt dementsprechend nicht müssen wir noch zum thema todesritter kommen die neue klasse die neue elfte klasse in der welt von haaston ich muss mich da meinem guten alten streamer kollegen dem guten tim dem lieben berono schöne grüße gehen raus in der tat in bezug auf sein video angleichen ich finde das todesritter absolut voll mäßig spaß macht ich habe im wesentlichen in den letzten tagen blutrodesritter gespielt weil es der sehr kontrollige ableger davon ist ich habe mich ein bisschen in den bereich anholi getraut wir haben auch mal zwei drei spiele frost gespielt das was ich von frost momentan sehe ist eigentlich ist eigentlich ein hunter frost decay alles was ich bisher gesehen habe ist es wird einfach alles face geschmissen und über nichts nachgedacht finde ich ein bisschen schade ich denke schon dass es bessere deck strukturen gibt ich hoffe da wird sich noch das ein oder andere in der nächster zeit raus stellen anholi geht halt komplett über ich sag mal minion spam auf dem bord ne und dann den größten den größten den net wie es aller zeiten bauen ähm mero gar ist da halt noch mal eine karte die da eine rolle spielt und der scourge aber das sind halt sehr endgame lastige karten ähm dass man im endgame mal eine starke spielt ich denke sollte vollkommen in ordnung sein habe ich jetzt nicht das problem mit aber halt diese krasse fokussierung auf den a3 ist einfach nur ist halt so wichtig bei den a3 ist einfach nur dass du ihn auf der hand hast das ist das einzige was man was man bei den a3 wissen muss und der wächst halt von ganz alleine deswegen ist das auch eher so naja es ist halt eine finisher karte ähm aber ich muss ehrlich sagen also anholi ist schon in ordnung weil es halt wortlastig ist wenn man man kämpft mit seinem gegner es entsteht so etwas wie interaktivität interaktivität und hast du halt was ist das denn ähm aber ich muss ehrlich sagen also egal welche welche struktur ich jetzt gespielt habe egal ob anholi blatt oder frost es hat schon spaß gemacht muss man ehrlich sagen das mit dem dass die korps ist dann als zusätzliche ressource dazu kommen die man noch mit berechnen muss ich finde das gut ich spiele gerne intellektuell anspruchsvolle decks das machen die hunter spieler ja nicht so gerne deswegen muss ich ehrlich sagen ich hoffe dass das der death knight sich noch ein bisschen besser definieren kann in der meta das denke ich aber schon weil wie gesagt das ist jetzt mal drei tage her es werden decks entstehen die von denen wir jetzt noch gar nicht wissen wie sie in zukunft aussehen werden da freue ich mich schon drauf aber man muss ganz ehrlich sagen momentan der der todesritter steht halt so weit so krass hinter dem droiden das ist wenn man jetzt unbedingt klettern möchte und richtung legend gehen möchte schwer ist weil die playrate also die anzahl der droiden spieler schon extrem hoch ist das heißt wenn wir uns entscheiden einen todesritter zu spielen ist die wahrscheinlichkeit den droiden zu treffen leider sehr hoch und gegen den droiden zu spielen bedeutet in 75 prozent aller fälle dass das spiel sinnlos ist stein papier schere stone halt wieder ne man kann ein bisschen lucky sein wenn man theater rennt und wenn man mit patchwork gut trifft und so weiter aber durch den umstand dass den 3 ist nicht mehr die einzige win condition beim rem to ihn ist sondern da jetzt dann auch noch mit astalor der komplett eskalieren kann im droiden der mensch mäßig das seht ihr in diesem video was ich gerade unten für euch einblende also mit richtigen schwachsinn gedöns muss ich ehrlich sagen ist der todesritter leider im momentan gegen die droiden nicht konkurrenzfähig weil sie wie gesagt nicht nur nicht so von wegen okay der netflix ist weg jetzt hat ein problem wenn der netflix weg ist nimmt er halt astalor kann er genauso viel schaden mitmachen alles in einem turn kein problem für ihn ja das war meine das war meine eindrücke der aktuellen ersten drei tage der erweiterung march of the lich king schreibt mir doch in die kommentare wie es euch gefallen hat vielleicht spielt ihr ja gerne den neuen hunter oder den miracle rogue und könnt mir erklären was daran jemand begeistern kann bei mir bin ich noch fast fast geneigt zu sagen okay wenn man den gut spielen will muss man in der tat auch in der lage sein zu denken aber beim hunter muss ich ehrlich sagen bin ich da komplett raus und ich hoffe nicht dass die meter auch so sich so weiter ziehen wird ich hoffe blizzard wird früher als später dementsprechende eingreifen ja ich würde mal sagen ich will es jetzt hier nicht übertreiben wer dabei sein möchte wir werden in den nächsten tagen auf dem amerikanischen server auf na dann richtung legend marschieren wie ich das eigentlich jeden monat mache ich spiele immer zwei server auf legend und wenn er dabei sein wollt dann hier unten twitch tv.mokwai tv guckt da mal rein und wer darüber diskutieren möchte über das was er hier gerade gehört hat ist ebenfalls herzlich eingeladen ich bin auch immer in der tat für kontroverse diskussionen zu haben in diesem sinne meine damen und herren mein name war Svenny ich durfte ihnen dieses kleine video präsentieren ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag macht keinen quatsch passt nichts an und bleibt friedlich ich sage auch wieder ich wünsche euch noch mal rein macht's gut